Alles ist auch ganz entspannt. Wir haben uns an der Straßenverkehrsordnung gehalten. Wir haben uns an der Straßenverkehrsordnung. Das ist ein Spaß, genau. Ich bin fertig. Wir töten HSV. Gut, HSV. Das war's für heute. Ja! Spinnen! Ja ja ja! believe en.- Musik Schrei, schrei, schrei! Schrei, schrei, schrei! Schrei, schrei! B.U., wir scheiße euch zu! B.U., B.U., wir scheiße euch zu! Ich hab mal einer ganz anderen Arm. Hey, legt alle auf! Da ist es nachher. Direkt wieder Bekleidung dabei, ne? So, nach vorne geht's ja irgendwo rein. Jojo, kannst du mir etwas zu dem heutigen Tag sagen? Jo, war ganz angenehm. Das Wetter hat gut mit gespielt. Ich zieh meine Regenjacke jetzt an, als wir bleiben jetzt weg. So 100 Leute. Alles auch ganz entspannt. Wir haben uns an die Straßenverkehrsordnung gehalten. Bis auf einige Leute, einige unverbesserliche, so genannte Fans. Aber ansonsten haben wir sogar bei allen roten Armpeln angehalten und so. Was auch bei der Polizei sehr gut angekommen ist. Sie haben sich total zurückgehalten. Sie sind überhaupt nicht mit irgendwie überbetriebenen... Wie viele Leute sind das? 80 Leuten oder so angerückt? Nein, einen gar nicht. Und haben auch nicht. Sind da hier auch ganz entspannt. Haben auch ihre Helme noch nicht dabei und so. Das ist total. Ja gut, dann bedanken wir uns erstmal für die erste Einworte. Ja, vielen Dank. Dann schauen wir uns jetzt mal aus. Bis dann. Alles Gute. Ciao. Ciao. Ciao.